Musik Im Osten Kasachstans ging es zunächst über Semey und Pavloda nach Astana, der Hauptstadt. Dann weiter nach Süden zum Balkaschsee und Almaty, der ehemaligen Hauptstadt. In Semey machte ich Bekanntschaft mit dem kasachischen Wort Straf, also Strafe. Ich hatte nach einem Halt vergessen, die Autobeleuchtung wieder anzuschalten, was in praktisch allen Ländern außer Deutschland und Österreich Pflicht ist. Auch tagsüber bei schönstem Sonnenschein. Und wurde prompt von der Polizei gestoppt. 5000 Tänke sollte ich zahlen, etwa 12 Euro. Nach meinem Protest und einem Telefonat mit der Dienststelle verringerte sich die Straf auf 2500 Tänke. Mein Einwand, ich sei gerade erst eingereist und hätte kein Bargeld, zog bei den Beamten nicht. Sie begleiteten mich zu einer Bank, damit ich Geld tauschen konnte. Seit dieser Zeit hasse ich die kleinen, hässlichen Lada 4x4. Das war aber tatsächlich auch das einzige Mal, dass ich auf der gesamten Reise etwas zahlen musste. Naja, und in der Zeit, wo sie mit mir zur Bank fuhren, konnten sie keinem Kasachen in die Tasche greifen. Allerdings hatte das Bußgeld auch einen Vorteil. Ich verlangte von der Dienststelle in dem Telefonat, dass die Polizisten mich anschließend zum Hotel bringen, weil ich das vorher nicht gefunden hatte. Was die auch prompt taten. Ich fahre, ich fahre, ich fahre. Ich fahre. Weiter ging es am Rand der kasachischen Steppe nach Astana. Der Hauptstadt, die seit 2019 nur Sultan heißt, nach einem ehemaligen Präsidenten. Über gute und weniger gute Straßen. Als brandneue Stadt sind die Straßen hier großzügig angelegt. Naja, und über den einen oder anderen Falschfahrer riecht sich hier niemand auf. Im Hotel treffe ich eine Gruppe rumänischer Botaniker, die in Sibirien die Auswirkungen des Klimawandels auf die Pflanzen untersucht hatten. Astana ist erst 20 Jahre alt und internationale Architekten konnten sich in den 90ern beim Bau der Häuser austoben. Man sieht viele verschiedene Stile. Neben Architektur und Kunst gibt es auch kleine pfiffige Ideen, zum Beispiel diese Fahrradständer-Sitzbank, die auch Strom fürs Handy liefert. Oder Mülleimer auf Armhöhe. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Wegen der Größe des Land Cruisers durfte ich direkt vorm Hoteleingang parken. Der freundliche indische Concierge hatte das gestattet. Mit zwei russischen Geschäftsleuten aus der Telekom-Branche hatte ich ein leckeres Dinner und eine angeregte Diskussion an dem Abend. Nach einer Autoinspektion bei Toyota ging es über Karaganda durch die Steppe weiter zum Balkaschsee. Steppe ist das zweite kasachische Wort, das ich nun kenne. Am Balkaschsee traf ich Wolfram, der mit einem umgebauten VW-Bus unterwegs war und später zum Pamir Highway weiter wollte. Ein paar Tage verbrachten wir gemeinsam und trafen noch auf einen kasachischen Inhaber eines Dentallabors in Nordrhein-Westfalen, der auf Heimaturlaub war und uns mit seinem Boot den See zeigte. Die Rushhour in Almaty ist nicht viel anders als die in Frankfurt. Die schönste Kathedrale in Almaty wurde leider gerade renoviert. Auf den Plakaten konnte man sich aber schon mal die zukünftige Gestaltung anschauen. Dafür habe ich mich dann lange im Green Bazaar, einer der großen Markthallen in Almaty, aufgehalten. Auf den deutschen Döner habe ich allerdings verzichtet. Um dieses 12 Meter hohe Eichhörnchen aus Heu gab es Kontroversen in der Stadt. 70.000 Euro fanden die meisten Bewohner denn doch zu teuer für das Kunstwerk. Die alte und heute noch heimliche Hauptstadt Almaty liegt am nördlichen Fuße des Tien-Chan-Gebirges. Ein weiterer Hotspot im südöstlichen Kasachstan war der Charin Canyon, empfohlen von einer Kollegin. Natürlich wollte ich in die Schlucht mit dem Auto. Wozu hat man denn einen Offroder? Aber kurz vor dem Ziel sah es erst so aus, als ob das nicht klappt. Der Wagen mit Dachbox schien zu breit und zu hoch. Aber mit hilfefreundlicher Einweisung hat es dann doch geklappt. Millimeterarbeit. Denn oben am Parkeingang hatte ich ein deutsches Pärchen mitgenommen, das mit seinen Rucksäcken runterklettern wollte. Und einer der Parkranger kam auch gleich noch mit. Neun Immer noch nicht der Grand Canyon, immer noch der Charin Canyon. Zwei Seen standen noch auf meiner Liste. Der Kaindi Lake in 1900 Metern Höhe, in dessen Mitte abgestorbene Tieren-Schan-Fichten stehen und an dessen Ufer mich feiernde Russen und Kasachen gleich zum Wodka einladen wollten. Drei Plastikkanister auf 5 Liter hatten sie dabei, einer davon war schon leer. Aber weil ich fahren musste, habe ich freundlich abgelegt. Und schließlich der Kolseil Lake. Eigentlich sind es drei Seen, die kaskadenförmig in einer Höhe zwischen 1700 und 2700 Meter liegen. Wegen des Wetters blieb es für mich aber nur beim untersten Seen. Über einen kleinen Grenzübergang im südöstlichen Kasachstan ging es weiter nach Kyrgyzstan. nach Kyrgyzstan, die Kyrgyzstan sind. Nach Kyrgyzstan 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 Nach Kyrgyzstan